Drei Zwei Ich flieg doch nicht mal, ich bin doch Beifahrer, du Säckel, ich kann nicht mal abheben Achso Ich hab doch, du fliegst Oh Gott, oh Gott, worauf hab ich mich noch... Oh Gott, deswegen Mach, dass du hochkommst, ey Vorsicht, Brücke Flieg doch mal hoch Nee, ich will da landen So Ich komm gleich Jetzt muss ich nur hier irgendwie vorbeikommen Scheiße So Ich hab Geldpakete gefunden Bist du jetzt Fahrer? Ja Steige aus Ah, wo bist du? Ey, wo bist du? Weg Komm mal her Will sie mich nur abschießen Das macht mir gar nicht, es ist nur Feuer Dagegen bin ich geschult Wo bist du? Komm her, stell dich wie... Komm her Und kämpf wie ein Mann Das macht mir Spaß, oder? Ja, es ist so Lenkratz geht, ich kann ja mal so hinterher lenken Alter, bis zu einem Mach's noch zehnmal Ja, ich bin nicht sichtbar auf deinem Radar Nein Nein Du triffst mich aber jetzt nicht mehr Ja, scheiße, hä? Schon scheiße, hä? Ja Da sagst du nix mehr Warte, treff dich noch Ja, wie du mich triffst, Alter, achtmal Ja, und du triffst mich, mich kaum weiter Schweig mal anders zu Ah, der trifft mich Genau Ist er jetzt gut Hast es bewiesen Trifft er nicht mal so Oh, die Stax sind hinter mir, Herr, ich hasse Stax Vielleicht die abholen Nein, du willst mich abschießen, dazu schießt mich ab Komm Ich gegen dich Helikopter gegen Big Mama, wer gewinnt? Du, weil mein Helikopter brennt Das ist ja nicht echt episches Pech, dass dein Helikopter brennt Wo bist du denn? Bist du oben? Auf der Brücke, oder was? Nee, hier unten So, da bist du Ja, Big Mama ist auf der Ferse, Alter Das heißt, ich oder du Du oder ich Ja Nichts hier abhauen Muss aber die tun, ja Ist mir egal, ich gegen dich Ich gegen dich Big Mama hält nix auf Nicht mal ein brennendes Auto Komm jetzt her Wo bist du? Komm noch Ja, ich komm Ja, hopp So ne feige Sau wie dich, hab ich noch nie gesehen Was ist denn der Feigling, Alter? Ich, ich komm doch schon die ganze Zeit Du haust doch immer ab Komm Ja, siehst du mal Big Mama hält nix auf Nichts Nichts Was geht denn hier mit meinem Waffen, Alter? Ja, ja Genau Die Waffen sind schuld Ah, komm, das ist ein bisschen Feuer Willst du es auf die harte Tour, oder? Willst du es einfach auf die harte Tour? Bis zum Ende Alter, ich bin so tot Geist brennen vorbei Bis zum Ende Aber hör doch mal auf damit Das nervt total Alter Ich hab dich Siehst du mal, mit Big Mama legt man sich nicht an Hast du aber lange durchgehalten Ja So, und jetzt weg hier, mein Freund Okay Das war ein epischer Kampf, Alter Aber wie lang auch, ey Mit Helikopter, mit allem Aber Big Mama Hat triumphiert Die, die macht nichts so schnell platt Na, Big Mama lässt sich nicht unterkriegen Ja Oh, oh, jetzt kommen wir ja zu Zombie Jetzt kommen wir zum Zombie-Stall, oder? Ist doch hier alles voll mit Zombies jetzt, oder? Ich glaub nicht Nicht? Wolltest du doch eh tätowieren lassen Oh, übel Oh, endlich ein Tatowierer Bringt bei mir eh nix Weil du Batman bist Ja Ich bin grad noch Ich muss die Welt vor Zombies retten und so Und Krampf Voll stressig Würde ich keinen empfehlen zu machen Boah, Alter Das hat mir Nerven gekostet, der Kampf, du Der war hart, wa? Ja, übel Der war echt nicht schlecht Vor allem mit den ganzen Stacks noch daneben und alles Jeder hat geschossen, aber es war nur ich und du Du und ich Ja Ne? Es ist weg Es ist wieder da Lass dein Tattoo weg Ja, hat euch ein schöneres Was denn? Am Rücken? Nö, an der Seite Wie? Welche? Welche Seite? Ich seh nix Ah, jetzt Jetzt seh ich Nett Ja, bis auf die Titten Siehst du echt human aus Ja, okay, das Gesicht sieht auch nicht Würde ich so human aus Das sieht schon noch Hau drauf Gesicht aus Das ist das volle Stressor Gesicht Ja, schon Bin ja auch Russin, was soll ich tun? Ja, schon So, jetzt heißt es, alle Russen Stressor sind Ja Ah, so Jetzt haben wir noch eine ferne Chance Brokenschille Ja Hallo, ich bin ein Tummo Mit dem Taxi, passt mal auf Leute Heißt, da kann der Bus über deine Brücke springen Okay, ich will dich auf der Brokenschille Oh Mann Epischer Krampf Muss ich mich erstmal davon erholen, nur ein bisschen Es hat einen Namen getragen Der eigene Sohn Oder was? Siehste Big Mama gibt nichts klein Hehehe Nicht mal ihr Nicht mal ihr, nicht mal ihr Stax Ich mein, mein Sohn ist schon richtig Pfiffig drauf, aber Big Mama ist noch pfiffiger All right, I am done Fuck around I want Kilbane You wanna hurt Kilbane? You gotta hurt his reputation So, what? We humiliate him? Can't we just kill the bastard? Take Kilbane's mask Hehehe No, it's the only thing is the best It's worst in killing him No, this is my angels thing I will never agree to fight in jail He is most scared of angels in me No, no offense but you can do it Lärz Lärz haben das Spiel dann wäre es gewesen wenn er sagt dann sagt ein Kielbänen das muss ich vor doch ich muss umsonst und ich habe es befürchtet und sich vorlesen ich habe mich wiederholt Komponente Niederländen bis zu auf Mokinien das ist der Fettkirche der Brüssel der Kultusierfurt ausgebildet Prozent 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 die Begründung Prozent nach der Klinik und die Klinik ist volles Ungling die Kümmerung so schlecht fliegen wie du Das ist doch unmöglich, oder? Der Helikopter ist nicht so einfach. Wieso nicht so schwer? Den kann rauf und runter. Von vorn nach hinten. Ja, aber irgendwie kann es nur seitlich fahren. Ich glaube, unser Helikopter ist mal die Frio-fähig. Was ist jetzt los? Keine Ahnung, ich habe auch so eine komische Waffe in der Hand, die ich nicht klick. Und damit kann ich Autos kontrollieren. Alter, wieder hubschroher Piep, Alter. Respekt, no. Wie geht man her? Oh! Wie soll ich denn so zielen? Halt mal den Ding ruhig! Ja, du mal. Stopp! Halt! Alter! Was muss denn so zielen? Das Auto, was da steht. Ach so. Es geht so. Muss Fußgänger umfahren. Ich habe das Auto ferngesteuert da unten. Wo muss ich da Leute umfahren? Hä? Ach so, soll ich so bleiben, oder? Ja, bleib, wo du bist. Da geht mein Karriere. Du fährst hier gerade da unten? Ich fahr gerade da unten, so ein weißes Auto. Du musst was? Bleiben in jedem Fahrzeug. Oh, was ist denn jetzt hier los, Alter? Alter, ich keng. Alter, hallo. Es geht weder vor noch zurück, das Auto. Hallo? Hallo? Alter. Alter. Da neben ein anderes. Ich kann nicht raus, ich steuere es doch fern, du Säckel. Ja, kannst du es nicht explodieren lassen, oder so. Nein, ich kann gar nichts machen mit dem Auto. Ich komme nicht mehr mehr raus. Da rammel doch mal bitte in einer mein Auto jetzt hier, mal ganz kurz nur. Boah, noch ein Fußgänger. Hä? Echt? Ja. Kann ich das nicht erledigen? Nee, ich muss ihn überfahren. Weil irgendjemand schießt auf uns. Land doch mal. Auf mir drauf kurz. Ja, da würde ich ja gerne haben, dann sterben wir wahrscheinlich. Ich komme gerade runter. Ja, so komme ich auch nicht vom Flick, ob wir jetzt sterben oder hin oder her, aber ich komme hier nicht mehr weg. Ich kann nicht vorwärts, ich kann nicht rückwärts. Schieb. Er hätte es am Anfang das Ding nie so ruiniert. Das Spiel war schuld. Übel, was soll ich machen? Ich konnte nicht mehr von vorne oder hinten. Spiel war schuld. Du bist kein guter Helikopterpilot. Ja, sorry, sorry, sorry. Ey, das musst du echt noch ein bisschen trainieren, also. Ja, mach ich, hier, mach ich jetzt gleich. Jetzt fliegst du mal ein bisschen ernst, ne? Ja, mach ich. Zeig dein bestes Big Mama. Ja, so bei der Latest Queen der wunderschöne zu Ende ist. Jetzt zeig, was du kannst. Ah, wir sind ja schon da. Stopp! Halt! Ich sehe ihn noch gar nicht. Bist du schon das Fahrzeug? Ja, jetzt ja. Jetzt sind hier ein paar Passanten umfahren gehen. Hey, was ist denn mit dem Fahrzeug? Oh Gott, ich habe das nicht getan. Dann fahren wir ein paar rum. Ohne hängen zu bleiben. Mach ich gerade. Wie viele musst du noch? Vier Stück. Wo dahinten ist der Bushaltestelle. Da geht's. Der Madmengler ist um zu rechnen. Äh. Was zur Tankstelle muss ich jetzt fahren? Dann tanken mal eine Runde. Ich glaube, du musst das Auto jetzt explodieren oder so. Kaputt machen, oder? Kann das sein? Keine Ahnung. Ich fahr... Ich muss mal hinterher. Warte! Wo bist du? Folge mir. Oh, jetzt wieder die Leitplank, wo ich vorher drauf hängen geblieben bin, Alter. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, halt und chill doch mal. Oh, chill doch jetzt mal. Ich bin doch nicht so ein guter Fahrer. So, jetzt kannst du weiterfahren. Jetzt fahr ich hier zur Tankstelle. Okay. Hallo, ich bin bei der Tankstelle. Okay. Könnte ich auch. Jetzt, da hin. Das ist mein Hafen. Okay. Ich denke, der Clubber ist bereit, zu schrauben, seine Fläche in der Party. Ist doch nett. Was hast du denn gegen mich? Ich bin voll der gute Pilot. Was ist mit dem hinteren Propeller los? Siehst du das? Ist halt die Mechanik da, aber das ist halt so ein bisschen mechanisch. Wurde er ein bisschen kaputt. Ich wüsste gar nicht, wovon. Oh, da hinten der kaputte Flugzeugträger, der wir im Steelport so ruiniert, seitdem wir angekommen sind. Alter. Das Schiff auch schon. Ah, wir im Steelport so ruiniert. Kenzie, I'm really liking this device. Pop bar one night and three together. You'd be bored less often, if you were getting laid. Electronic, I'm good for that too. Not good enough, I think. Not good enough, I think. Na, hui. Jetzt musst du ins Wasser. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich auch Boot fahren, als mit dem Ding. Aber wir sind nicht so ein großes Schiff. Muss ich da jetzt landen? Bitte nicht. Keine Ahnung, fliegt halt mal drüber. Ah, nee, du musst es einnehmen wahrscheinlich, irgendwas. Steuer das Boot fern. Ja, ich sehe nichts, dreh dich mal. Zerdrehen. Ja, da ist es doch, Mann. Wenn ich es nicht sehe, wie soll ich es machen? Ja, da ist es doch. Alter, ich gucke aus der Seite raus, du Zeck. Ja, hier. Da vorne, hier. Seite, hier. Alles voll damit. Das Boot ist effektiv. Ich will mein Geld zurück. Ich bin noch in der Nähe. Siehst du, wie weit ich von dir entfernt bin? Ja, ich habe unten so eine Anzeige, wie viel... Ja, okay. Jetzt rauben wir nicht einfach mal in den Strand rein, haben wir mal so volle Pulle. Müssen wir das mit allen machen? Die Boots sind so gefährliche Toys. Nein, zum Glück. Die gibt es zum Hubschrauber. Mach ich. Ich bin nur ein Hubschrauber. 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 Hubschrauber, Hubschrauber. Wodene Zone wird's verlassen. Nachricht des Tages. Ja, dazu musst du den Hubschrauber hin, da du sie ihn trefft. Nö, ich sehe nicht. Wo ist er denn? Geht's? Da konnte ich jetzt aber echt nichts dafür, Alter. Ich habe ihn gerade eingenommen. Alter, dann warst du schuld. Ja, ich hatte ihm drei Millisekunden. Ich bin schuld. Ja, nee, Alter, da kann jetzt wirklich niemand was dafür. Ja. Also, das ist ja echt, das war ja echt ein bisschen unfair. Big Mamas Flugkünste waren das wieder. Hä? Jetzt. So wie ich immer zündel. Mach's doch auch. Das ist ein Sprichteil. Vorsicht, warum? Welcher Baum? Mach bitte in echt niemals einen Pilotenschein, ohne Witz. Führerschein reicht vollkommen für dich. Helikopter ist doch cool. Superklasse machst du das. Ja, ich sehe den gar nicht. Hast du ihn? Jetzt habe ich ihn. Gut. Wohin geht's denn? Flieg mir hinterher. Aber nicht zu nah, ne? Doch, nicht zu nah. Nicht zu weit weg. Ja, meine ich doch. Ja, und du betreibst es gerade wieder. Ja, ich muss in den Hubschrauber da reinfliegen. Wo rein? Ins Gebäude? In den Hubschrauber, in den anderen. Ach so. Sehr hart. Nee. Wie kriegst du das hin? Also ich habe es vorhin gut hingekriegt. Das wäre die richtige Mission für dich, glaube ich. Ja, ich würde es schaffen. Aber sofort wirst du. Boah, nett. Das war ein guter Tag. Wir haben noch mehr, oder? Ich habe das größer, der Presidente. Gut, gut. Was ist die Komplikation? Das ist schon die Kirche. Er ist afraid, dass Cobain die Kirche zu schützen. Er hat Angst, dass Cobain die Kirche zu schützen. Wenn man das Gericht kontrollieren kann, dann wird die Kirche ein paar mehr Atmoschrauber haben. Das fliegt weiter an die Schnauze. Was soll man da? Geht mit mir aus der Wende. Neue Nachrichten. Das war jetzt schon. Es war ein Schadens der großen Bootlegger-Rekall von O.T. 7, als noch ein anderer mechanischer Fehler resultierte in ein fatal Midair-Helicopter-Crash. Citizens of Steelport. Ein Wort der Beispiele. Das ist Jane Valarama, mit dem Breaking News-Report. Neue Nachrichten. 특 reverberatet in Einrichtung. Ich bin ein Länd medicines. Die Chfit, przewin in healed wirkt ab ich würde auch gerne einen anderen Panzer, aber ich... Oh, was... Hä? Oh, jetzt. Ich muss dann mal zielen dazu, weißt du... Ja, ziel doch. Scheiße. Los. Kleid den Panzer ab. Nicht was da los. Geht doch. Geschafft. Schön. Herrlich, herrlich, herrlich. Schönes Spiel. Das Spiel ist ja so schön. Das Spiel ist ein letzte Mann-Standing-Match mit zwei broken Legs. Vertraue mich, kleine Icarus, du fliehst zu nah am Sonnen. Oh, mein Gott, lass mich in eine Bisse und lass deine Maske auf. Wenn du willst, dass du mit dem walkenden Apocalypse verbringst, werde ich dich glücklich verbringern. Ich hab auch ne Maske auf. Mir läuft das Video noch, tut mir leid. Ja, interessiert niemanden. Nö. Ah, ein bisschen Kohle gibt's, wie immer, und ein bisschen Respekt. das Spiel ist ja auch 32. Warten auf Markus. Hab's doch. Immer auf Markus warten. Immer auf Markus. Ah ja. Bisschen Geld abheben, was sagst du dazu? Ja. 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 Kann man machen. Ein bisschen verbessern, wa? Ja. Ha. Ich bin auf Level 35. Jetzt mach ich mal ne Stadtübernahme. So. Ach, ich hab mir auch noch in welches Gebiet ich will. Ja. Aber es gibt ja hier fast nix mehr von den Gebäuden. War das mal mehr, oder? War mal. Oder kommt mir das grad nur so vor? Ja, ich bin mir grad unsicher. Was haben wir denn noch nicht eingenommen so viel? Äh. Ja. Oh, das da. Ja. Na, haben wir's für die Folge, wa? Nett. Was? Haben wir Pause? Irgendwie ist die Karte jetzt voll groß geworden. Die sind ein paar Teile zugekommen, wo ich nicht gesehen hab. Ja. Ja. Kann man gleich machen. Ja. Weil es ist nur voll viele neue Gebiete hier hinzugekommen. Mittlerweile. Na. Ich bin immer größer. Die nächste Mission heißt 3-Count-Übernahme. Aber wir machen jetzt erstmal... Oh, ja. Hierüber. Wo bist du denn? Ich stehe immer noch da, wo wir rausgekommen sind. Hm? Kann man hier Poker spielen? Das hab ich vorher auch schon gedacht, aber geht nix. Nee. Hä? Jetzt nicht. Wollt grad schlafen gehen, tut uns leid. So nicht, ne? Also. Ja. Kommst du rein? Ich bin drunter in der Bude. Okay. Dann sagen wir mal bis er wieder zur nächsten Aufnahme. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen.